Hallo Leute und herzlich willkommen zurück aus der Quarantäne hier bei Skyfactory 4. Ja, wir werden jetzt noch schnell den Lost City Ding da machen oder den Terracotta Cake da. Wo wir hier für Lost Cities Blue, Yellow. Habe ich nicht? Flowers oder sowas? Flower. Habe keine Flower mehr. What? So eine billige Flower kriegt doch irgendwo her schnell. Ansonsten brauche ich schnell eine gelbe Portage. Problem gelöst, wir nehmen uns schnell wieder. Dann eine Dillion. Schon erledigt und dann können wir wieder auf Cake gehen. Nehmen uns, wo ist er denn? Lost City Cake. Bauen den schnell. Gut. Dann Remote hier rein. Up in Twilight. Whisking you off to the Twilight Forest. Da points das rum. Schaut mal schick aus. Der Loading String, den mag ich. Schau mal, wie lange das jetzt dauert. Let's see. It's loading. Was ist denn das jetzt? Gott, das ist störend. Wo zum Fick befinde ich mich? Ist das ein Flying Fortress? Was ist das? Wo bin ich? Oh. Oh. Shit. Und adieu. Untot. Ich bin da ganz umgestorben, ne? Fuck. Was ist das? Ist das hier ein Protection Spell, der über diesen blöden Ding drüber ist? Oder ist das jetzt hier? Was ist das hier? Da ist ein Goblin. Leute, ich hab ein Problem. Ich hab's überlebt. Ja, ich hab's überlebt. Huh? Was macht dieser Schlüssel? Kann ich das per Hand abbauen? Ah scheiße warte mal da war was Wenn ich das jetzt mache, was passiert jetzt? Nichts Ich weiß nicht wie der Scheiß funktioniert Oben 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 Also habe ich jetzt offiziell ein Problem? Ich hatte das Gefühl ich konnte nicht mal das Skelett verprügeln Probier jetzt was schweres drauf YOLO Das drüben ist Land Ich will zum Land Ah ja stimmt Warte mal ich habe auch kein Leben ne? Ich baue eigentlich Wasserflüssigkeit WOLKY Nein Scheiße Ähm wo war das Land? Da drüben war das Land Ist dieser Baum auch protected? Ui ich habe keine andere Wahl Let's try to protect this scheiß So So okay Baum Cool Okay Weiß noch nicht genau wie ich das löse Aber irgendwie kriege ich das jetzt hin Was ist euer Problem? Alter Was für eine Scheiße habe ich mich hier reingeritten Alter Der Sound ist ja übel Ist das der Baum der hier so sauer ist? Dann äh sorry ich brauche das jetzt Gott gib mir den aufs Senkel Spitzhacke Gott ich fühle mich so primitiv Dumperleitern GOTTES WILLEN der Sound So So okay Also ich muss nach da oben Da oben wäre mein Graveyard Um jetzt Sachen zu sparen Nehmen wir schnell den Kopfdenktabel hier noch Und machen so viele Slabs wie möglich So So Jetzt bin ich hier am Dach Dankeschön Ich muss das doch irgendwie öffnen können Aber das ist jetzt zum neuen Grave Grave Ja ich hab da zwei Tode gehabt Aber wie weit bin ich jetzt von dem entfernt rein theoretisch Distance 1 Wie funktioniert das denn? Ich teleportiert mich ja hier irgendwie linear Wie soll ich das abbauen? Eine Axt Wurde sie kann ja nicht mal den Das Holz da drunter abgraben Weil das ist ja gesichert Ich hätte das Glück das jetzt sozusagen der auch gesichert ist Weil ähm Ähm Alter einen pisst Er blinkt jetzt auf das Ding hier Kann ich den hier öffnen? Irgendwie Ist ja wunderschön dass ich mich in die Nähe teleportieren kann Aber was bringt mir das? Au! Verstanden! Okay wir machen und schnell eine Base hier draußen Auf diesen Twilight Tree hier Auf diesen Twilight Tree hier Also mal an Gibt es hier noch einen Boden? Wie hoch bin ich? Das kann man mit Diff 3 sehen oder? Ich bin auf 116 Also gar nicht mal so hoch Stimmt ich bin ja auch durchfällig blöd Ähm ja Dann Einmal schnell hier Gerade machen den Boden Ich baue schnell hier eine Base rein Ich baue auf diesen Baum jetzt mit Base Mir wurscht Ich will irgendwo was stationäres auf jeden Fall haben Wovon Wo ich weiß dass ich nicht mehr weiterkomme Wo ich hier jetzt auch Sachen rein transportieren kann Jederzeit Das bedeutet hier wird jetzt Holz hin transportiert Rohstoff veröfen Das ganze Ding wird ausgebaut als fuck Was wir wirklich so als temporäre Base hier in dieser Welt sehen können Und von hier aus baue ich dann mir Brücken in jede Art von Richtung So 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 Grape Seeds Wir versuchen so viel wie mit Leafs zu lassen Wir machen hier dann noch eine Schicht oben drauf Schaut zwar scheiße aus, aber scheiß drauf Das kann man danach noch irgendwo noch upgraden Wichtigste ist erstmal, dass wir einen sicheren Unterschlupf haben in der Zukunft So Ab in die Mine Ok, hier brauche ich dringend einen Boden Und hier auch Dann kommt hier der Kuchen hin Ok, wir sind zurück Halleluja, ok Ich hätte gerne Chests Und zwar Nehmen wir mal ein paar So Die Idee, die ich jetzt mache, ist so dumm, aber scheiß drauf Ich will in Zukunft für alles vorbereiten Dafür kriegt War doch klar, ich habe wieder vergessen, dass das ja funktioniert Jeder Bereich eine eigene Kiste So In dem Fall sind ja die Twilight Sachen sozusagen Hier wird die Twilight World gedacht Die Grape Seeds kann man also auch Aber auf jeden Fall Hier dann sagen, dass ich in Zukunft da Bonsai-Pots und Chests mitnehme Ich nehme mal zwei Bonsai-Pots auf jeden Fall mit Und ein paar Chests Um da unten sozusagen eine städtische Eine startliche Versorgung aufrecht zu erhalten Will da unten meine eigene Mini-Base haben Suchen und ein Notfall geht Das könnte alles irgendwann in der Nacht Und das könnte noch da Gut, ähm Ich brauche Bitte, 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 fürs Erste Ich nehme das Brot mit jetzt Bread Und ich tue neun Stecken an den Ofen rein brettern Der Ofen hat bestimmt eh einen Platz frei So Sollte es mal durchjagen Und ich würde sagen Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Wenn wir Hier in die Lost Cities World reisen Und mal schauen, was uns dort erwartet Ich hoffe, es hat euch gefallen Wenn ja, lasst euch einen Daumen nach oben da Abonniert, wenn ihr noch nicht habt Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Also Bis dann Ciao 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 Ciao